ja hallo und herzlich willkommen wie ihr eben schon gelesen hat es geht hier um küstenwache sein neuer schliffsimulator coastguard ja wir wollen uns mal überraschen lassen was uns das ganze hier so zu bieten hat man hat ja schon viel darüber gelesen jetzt erstmal eine kleine vorgeschichte wer ich bin warum ich bin was ich zu tun habe ja mein name ist auf jeden fall finn gut wusste ich bis jetzt auch noch nicht machen wir heute mal den finn schauen wir mal was jetzt feines auf und zukommt schwimmwesten haben wir alle an ja wir haben ja schon vor dem richtigen du hast deine sache verloren du Idiot, schau dich auf den Moment ja ich bin, wir sind ein Team was machst du hier? das ist private property ich kann nicht mehr aufhören es ist so hoch Okay, unsere Aufgabe ist jetzt erstmal, dass wir diese Fatima finden. Ja, was ich persönlich schon mal ein bisschen doof finde, dass es in Englisch ist, nur mit deutschen Untertitel. Aber gut, da können wir jetzt erstmal nix dran machen. Vielleicht kommt das Ganze ja nochmal in Deutsch raus. Ich habe auch bei Steam geschaut. Da ist bei mir alles in Deutsch eingestellt. Naja. Gut. Hier unten links sehen wir schön unsere Karte. Das ist ein gelber Punkt, also fahren wir erstmal in diese Richtung. Warum das Lenkrad hier immer nach links sieht, weiß ich auch nicht. Man kann es aber hier mit der Maus eben festhalten und so lenken denn. Stört mich ein wenig, aber nicht weiter schlimm. So, jetzt müssen wir auch mal per Hand lenken. Hier möchte aber es halt die rechte Maustaste gedrückt und dann können wir die Kamera ändern. Ja, gucken wir mal schön, wie unser Brot aussieht. Ja, das sieht doch gut aus. Captain Blaubeer mit dabei. Sieht aber jetzt aus, als wenn das der alte Kutter ist, da hinten, wo wir hin sollen. Kann ich hier... You again? I'm not giving up. You kidnapped my Fatima, our ships engineer. Then, listen to your colleagues. You have no idea how dangerous they are. Well, I'm about to find out. I'm going on deck. We'll see about that. Ich dachte, wir könnten hier jetzt auch das Tempo ein bisschen rausnehmen, aber dann geht er gleich im Rückwärtsgang. Naja gut, dann volle Kraft voraus. Kann ja wohl nicht sein, dass so ein alter, rustiger Dampfer da vor uns abhaut, wa? Was macht der denn jetzt hier? Ölteppich, na super. Na, wir fahren ihm einfach hinterher. Dann werden wir da wohl auch durchkommen. Hoffe ich mal. Der fährt da durch. Mist, was nu? Hier sind auch alles wieder dunkle Sachen im Wasser zu sehen vor uns. Ja, ich weiß nicht. Fangen wir ihm hinterher oder ich denke mal, wir halten uns ein bisschen links hier. Und versuchen ihn dann den Weg abzuschneiden. Unten auf der Karte sehen wir ihn ja. Ja. Problem ist nur, er dreht ab. Na gut. Scheiß, wenn ich tun. Wir drehen mit Sicherheit nicht ab. Der Käpt'n von dem anderen Boot, der sah bald aus hier wie bei Batman, der Joker, wa? Nicht schon wieder. Da kommen wir jetzt nicht durch. Das ist natürlich Mist. Ja, wat nu? Vollgas und durch, nützt ja nix, ne? Hier brennt nicht ganz so viel, hoffe ich. Oh, doch. Nicht durchs Feuer fahren. Ja, kann ich jetzt hier ändern. Ich bin mittendrin. Okay, wir machen es nie wieder. Da vorne schon wieder so ein Ölteppich. Ja, fahr nicht durchs Feuer. Hier brennt ja noch gar nichts. Er dreht nach links. Dann drehen wir schon mal vorher ab. Vielleicht können wir da irgendwie zum Anhalten zwingen. You don't stand a chance. Jetzt hier noch durch diese ganzen Wrackteile oder was das da sein soll. Sieht ja gut aus. Ja, also... Muss ich sagen, von der Grafik her und... Nach diesen paar Minuten macht eigentlich Spaß das Spiel. Grafik jetzt so vom Wasser her... Eigentlich auch ganz schick gemacht. Aber mal gucken, was uns noch alles erwartet. Soll ja irgendwie auf Bohrinseln und was weiß ich nicht alles gehen. Nur hängt er fest. Das ist doch schon mal gut. Nehmen wir mal ein bisschen... Übersetzen. Wir wollen ab sein Schiff, genau. Anlegen. Das macht er selber, okay. Fahrer und Arm. Habe ich doch gerade. Übersetzen. Okay. Logbuch-Eintrag. Jo. Wie nennen wir das? Auf dem Kutter. Oder? Oder einfach über... Übersetzen. Fertig. Neuer Logbuch-Eintrag. So, als erstes eine Taschenlampe anscheiden. Ja. Okay. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn mit der Taste 1? Die Taschenlampe? Mir steht Steuerung wieder W-A-S-D. Verdammt! Warum kann ich mich nicht erinnern? Ich muss hier rauskommen. Hallo? Schauen wir hier mal weiter. Hier liegt so jetzt nix rum, was wir nehmen könnten. Drücke es dringend, um dich zu ducken. Gut. Dann können wir hier durch. Was gibt's hier Schönes? Volles Geister-Schiff hier. Ah, hier war noch nix interessantes. Müllsäcke. Können wir auch nix von mitnehmen. Gucken wir mal mal ins Logbuch mit 11. Was soll ich machen? Ich muss für Strom sorgen. Mhm. Was ist das hier für ne alte Kiste? Hebel. Okay. Das können wir später nochmal probieren. Dann machen wir das. Open the door please. Jawohl. Hier ist schon mal ein Hebel. Dann können wir so nicht bewegen. Wir sollen ein bisschen nachhelfen. Drücken mal die rechte Maustaste. Gucken mal in unseren Rucksack. Und dann nehmen wir mal den Moddeck. Dann kloppt da mal ein paar drauf. Na. Schon geht's. Wunderbar. Neuer Logbucheintrag. Okay. Ja. Dann schauen wir mal durch die Räume. Und dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen was von unserer Erinnerung zurückfinden. Der hat doch bestimmt nur gesoffen. Hier geht's nicht weiter. Dann ist da mit Sicherheit was Interessantes. Kann ich da auch mit dem Hammer draufhauen? Ne. Hoffnungslos. Okay. Dann marschieren wir erst mal weiter. Da sind wir rausgekommen aus dem Raum. Dann gehen wir hier mal weiter. Nu. Traum. Ja. Alles nur ein Albtraum. Das glaube ich auch. Verdammt hell ist es. Wenn man das helle Licht sieht, ist es mal schon zu spät. Was? Was ist es? Das sind wir. Nightmare? Yes. There was a ghost ship. I dreamed I was locked inside. And I couldn't remember why. Well, you're not locked in now. Except maybe because of me. You didn't actually fall asleep in the office, did you? No. Of course not. MSC has been trying to reach you for minutes, Finn. I'll go right away. Thanks, Colbyn. Okay, we're doing... Daniel Defoe, this is MSC. Daniel Defoe, this is MSC. Over. Defoe here. The Captain Figment, Deep Sea Fisher, has reported that they're taking on water. The team has already started fixing the leak, but they're going to need help draining the ship. Roger. Can you give us the coordinates? They've been transmitted. It's near the offshore oil ore rig. Okay, we're on our way. Ja, da oben haben wir wieder den grünen Punkt. Drehen wir da mal rüber. Auf unserer Karte. Motoren sind auf Vollgas. Aha, da hinten ist schon das Schiff. Das ist wahrscheinlich irgendwo gegen gefahren. Und läuft mit Wasser voll. Wir sollen nochmal hinfahren und das leerpumpen. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Das kommt dann in der zweiten Folge aber dran. Weil mir hier die Zeit ein wenig davon rennt, geht es hier dann gleich direkt weiter. Wir machen hier mal ein Cut. Unfortunately, wir locken die Kosten. 아까 die Panz υbrüche sind und dann erstmal noch eine Auflegung dran fest.